Fettsack. Das ist Andi. Da bist du. Ich sag Fettsack, er sagt, da ist Andi. Super. Kacke. What? Die sind alle gepanzert. Scheiße. Fuck. Die Drohne hat den doch gemetzelt hier. Jetzt wurde ich auch vom Deck. Mörser. Wir gehen das einfach nochmal von vorne. Ach, da seid ihr. Okay, ja, können wir machen. Warte. Von vorne hast du gesehen. Ey, jagt sich selbst. Da verschwendest du. Da verschwendest du. Keine Ahnung. Der kommt hierher. Wenn man einmal was Gutes für die Gemeinschaft tut. Ich weiß nicht, was du für eine Gemeinde ist. Ah! Nein, nein, nein. Ich zerhackstückele dich. Aber ihr solltet schnell einsteigen, weil da kommen drei Autos. Vier. Weg hier. So, jetzt werden wir gleich. Wer ist da? Schon wieder in die fallende Richtung. Ich hasse mein Leben. Ich hab gedacht, ich nehme wieder dieselbe Route wie letztes Mal. Weil als sie euch entdeckt haben, hätte ich ein gutes Spiel gehabt. Aber ich hab nicht gedacht, dass ihr dann so schnell wegsteht. Ja. Wir gucken, dass wir gleich mal hier landen, wo der andere Heli ist. Auf der langen Strecke. Und versuchen, wenn der andere wieder auf Patrouille rückwärts läuft. Ich will mal wissen, ob wir da landen können. Die Landeplattform ist grad frei, da steht niemand. Doch vorne. Kann jetzt grad nicht markieren. Aber da ist auch Licht. Woher der Dude jetzt steht? Und der Dude ist gepanzert, also nicht leicht zu töten. Du hast grad unseren Heli geschrottet mit deiner Drohne. Nee, oder? Boah. Warum? Du bist in die Rotorblätter geflogen. Ich hab gar nichts getan. Ich hab sie nur losgeschickt. Er hat die in die Rotorblätter geworfen. Ja, super. Och Mann. Digga, wie kommen wir jetzt hoch? Das haben die nicht mal gehört. Also ich hab... Ihr könnt jetzt sicher landen, der fette Typ ist tot. Wir haben den Heli am Baum geparkt. Jungs, Jungs. Ich hab's. Ich hab's im Griff. Dadurch, dass ich hier ausgestiegen bin, kann ich jetzt den Helikopter hier oben schnappen. Runterfliegen, weil ich abwohlen wir wieder hochfliegen. Das tut mir wirklich leid, Luca. Das war... Ja, alles gut. Ich wusste nicht mal, dass du mit der Drohne die Rotorblätter kaputt machen kannst. Jungs. Ich hab... Ich hab's gehört. Ich komme. Mal gucken, ob wir hier landen können. Was ist das für ein Heli? Das ist unserer. Ja, das mach ich nicht kaputt. Kommt sich hier hoch? Ja, aber... Das ist schon witzig. Easy. Vorsicht, passt die Lampen auf. Die Lampen sind böse. Die können sehen. Warum auch immer. Die Lampen können auch die Kanse kaputt schießen. Aber... Das könnte Aufmerksamkeit erregen. Ich nehme erstmal die Bleusen voll erstmal in die Lampe gleich. Hä, da ist doch keine Lampe. Ach, da links ist die Lampe. Links ist keine Lampe. Links ist keine Lampe. Ach, das ist ein Dude. Was hat der da an? Das ist so ein Drohnen-Dude. Warte mal. Willst du so? Ich will ihn. Ich will ihn. Ich will ihn, ich will ihn. Der Gott dir. Ich will ihn. Boit! Nein, alles gut. Nein, alles gut. War rechtzeitig. Leute. Du hast ihn als Geisel? Ja. Ich wusste nicht, dass... So, mein Freundchen. Sag uns, wo die. Sag uns, wo die Waffeln sind. Na, wie ist das denn, Drohnen-Mechaniker zu sein, hä? Kannst du mir das mal erklären, mein Freund? Hä? Drohnen-Mechaniker. So ne Scheiße. Hast du mal einen anderen Job gesucht. Naja, hätte er auch für uns arbeiten können. Oha, Luca, hier ist wieder eins deiner Lieblingsgeschütze. Ich weiß, was passiert, wenn die Kacke hier wieder am Dumpen ist. Guck, so habe ich nämlich gleich die Leiche mit entfernt. Rucksack ist voll. Oh nein, mein Rucksack ist voll. Was mache ich jetzt? Wie, dein Rucksack ist voll. Ich bin jetzt noch nicht alles. Ich bin noch dabei. Ich denke mal. Ja, warte, ich kann auch einfach meinen Mörser wieder nehmen. Meinen krassen Sensor-Mörser. Ah ja, stimmt. Den da oben müssen wir auf jeden Fall... Ja, wenn Luca jetzt eher am Mörsern ist, dann easy-gang. Halt, Stopp! Nein, ich möchte nicht den Raketenwerfer benutzen. Welche Knallen bist du erster? Verdächtig ist falsch. Die auf den Dächern? A und B? A und B? Wo sie... A? Ich sehe A. Ich sehe B nicht, aber ich sehe A. Zählst! Drei... Drei... Eins... Hab ihn! Jetzt! Alter, ich triff ihn nicht! Hä? Oh lol, ihr habt sie... Ah ja, ich sneak hier richtig... Hä, warum trifft man den da oben nicht? Jetzt B. Jetzt B. Er hat das noch nicht gesehen. Alter, man trifft ihn da oben einfach nicht. Warum nicht? The fuck. Ja, ne? Trifst du dich da erst recht? Das ist doch, äh... Arsche, oder? Du triffst ihn auch nicht, ne? Nein, aber ich kann ihn noch gar nicht richtig sehen. Aber... Aber die wissen nicht, wo wir sind. Ja, aber ich habe was. Ich habe so ein paar Freunde. Pass auf. Damit kriege ich markierte Menschen tot. Ah, genau, das wäre super. Oh ja, bitte, hol uns von bald. Nein, 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 das wollte ich nicht. Oh, echt. Ich komme mit der Steuerung, das ist super klar, wie man sieht. Ja, mein Kollege hier will auch nicht hochklettern. Jetzt ein bisschen blöd. Unvorteilhaft. Ich muss den aber selber markieren. Oh, du wurdest entdeckt, auch was. Was wartest? Oh, jetzt wurde ich auch entdeckt. Alter, ich... ich habe voll den... Na, die gehen jetzt erstmal auf mich. Ich lockste ein bisschen weg. Alter, verdammt was ich jetzt immer sagt werde. Huh, mach das, Jungs. Ach du Köck. Alter, den schieß ich aber allen zwischen den Beinen. Kann ja wohl nicht machen. Hey, komm weiter! Ich sollte doch eigentlich mehr Schaden damit machen, oder nicht? Alter Vater, habt ihr das gesehen? Huuuh, der Raketenfall ausgeliehen. Verkaut die Mist. Scheiße, da ist ein Raketendude hinter uns. Und eine Drohne. Oh, das Gefühl ist verfolgt. Die Drohne schießt! Kann leider nicht markieren. Die Drohne fahre wir links. Und ein Dude nochmal. Oh, wenn ihr den Mörser wegbekommen würdet, wäre ich nicht so. Wir sind... Alle beide? Nein. Nein. Er ist noch am Leben. Aber gegen so einen gepanzerten Dude. Drohne ist wieder bei mir. Direkt an uns. So ein Blatt, schneller nach, Mann! Ich hab jetzt... Wo ist der jetzt aus dem Wald? Du blöde. Ist noch weiter hinten. Ich kann es nicht mal gucken, leider. Ich kann Swarm. Ich Swarm mal bei dir, Fabi. Mal gucken, wie nah ich bei dir Swarm. Ich bin voran. Ähm. Das war die dümmste Idee. Oh, ich bin gleich gut. Ein Radwein. Du bist ganz am Anfang, du bist born wieder. Ich bin ganz unschadorn. Theoretisch müsstet ihr jetzt zu mir kommen können. Könnt ihr? Könnt ihr echt zu mir? Ja, ich geh nur da erstmal woanders hin. Gibt hier leider einen, der mich ein bisschen gut anvisiert. Danach drüben ich die von hinten auf und kommt zu euch. Komm, dich seh ich doch gleich. Guck mal. Ach man. Was ist da? Da ist ne Kiste. Ich schlaf jetzt, kleiner Mann. Oh, hier sind Wölfe. Ich sag ihnen alles was ich weiß. Die coole Art oder die schießerische Art? Die schießerische Art. Ah. Rein, rein, rein. Nein, 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 nein. Nicht nein, sondern rein! Die schießerische Art. Ich weiß nicht, das war cool. Schatz. Ich weiß nicht, das war sicher. Aber das war die. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020